So, ich stehe hier auf der Deichstraße. Das ist quasi die 5th Avenue von Hamburg auf der Suche nach dem großen Feuer. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist aber eine Kneipe, die heißt zum Brandanfang. Und da haben sie mich rausgeschmissen, weil ich dauernd nach dem Feuer gesucht habe. Also ich weiß nicht, ob das die norddeutsche Art ist zu brennen, aber ich sehe hier ja nichts. Ich habe das Stadtarchiv gelesen, ich habe Süddeutsche gelesen. Keine Ahnung, wo die die Bilder haben. Wahnsinn, hier ist auf jeden Fall nichts los. Da ist die Lampe. Keine Ahnung, ob die noch leuchten wird diese Woche. Ja, großes Geheimnis. Also ihr könnt auch gerne auf meine Seite kommen und ein Like da lassen. Oder auch haten, ja, Herz für Hater. Ich bin ja nur hier, um jetzt mal zu berichten. Also wenn ihr mich mal sehen wollt, ich bin in Osnabrück, eigentlich von Februar bis Dezember. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Also... ... ...